Wir sind Nadine und Konstantin vom YouTube und Instagram-Kanal Wild & Wundervoll und wir wollen einen Film produzieren über unser Leben, über unsere Auswanderung, die Weltreise, aber auch die Geburt unseres zweiten Kindes. Ja genau, mit diesem Film wollen wir dich mitnehmen auf unsere ganz persönliche Suche nach Freiheit. Anfang 2018 haben wir in München, wo wir gewohnt haben, alles aufgegeben. Wir haben so gut wie alles verkauft, wir haben unsere Wohnung verlassen, wir haben unsere Jobs als Filmemacher aufgegeben. Und warum? Einerseits wollten wir unseren ganz großen Traum, eine Weltreise, schon jetzt erleben, zusammen als Familie und nicht, dass wir alt und grau sind. Und andererseits wollten wir auch gucken, was für ein Lebensstil macht uns eigentlich wirklich glücklich. Also was macht uns wirklich glücklich und nicht nur so leben, wie das vielleicht die Gesellschaft von uns möchte. Ja und genau so wollten wir auch unser zweites Kind in dieser Welt willkommen heißen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was hat es denn alles gemeinsam? Weltreise, Freiheit, Familie, Geburt. Und wir finden, es hat sehr, sehr viel gemeinsam. In unserem Film nehmen wir dich also nicht nur mit auf eine Reise bis ans andere Ende der Welt, sondern auch auf unsere Geburtsreise, frei und selbstbestimmt. Oh Gott, bist du süß. Oh ja, meine Ließe. Dieser Film ist wirklich unser Herzensprojekt und genau deshalb haben wir auch diese Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen. Wenn du uns hier unterstützt, können wir uns in den nächsten Monaten und Wochen ganz intensiv um den Film kümmern. Und du sicherst dir sozusagen dein Ticket, um mit an Bord zu sein auf unserer Reise. Wir möchten dir zeigen, wie wir es geschafft haben, uns ein neues Leben aufzubauen und wie wir unsere persönliche Freiheit gefunden haben. Wir möchten ihm werden süyor, wie wir es geschafft haben. Vielen Dank.